Hat sie es gesagt, hat er es gesagt, ich habe es auf jeden Fall gesagt. Aber was löst das Rätsel Nummer 3? Das Zitat. Unsere Phantom-Gang ist zurück und ich erkläre euch jetzt, was ihr machen müsst. Eure Aufgabe lautet, ihr müsst ein Zitat, das zu einem Lied von einem Phantom-Gang-Mitglied gesungen wird, erkennen und mir dann den richtigen Zitatgeber oder die richtige Zitatgeberin nennen und ebenfalls den Songtitel. Pro Zitat und Song habt ihr 30 Sekunden Zeit. Ready? Gut. In diesem Fall geht es auch wieder. Drei von vier Zitaten müsst ihr richtig haben. Ein Fehler dürft ihr euch erlauben. Und hier kommt Zitat Nummer 1. Soll ich oder soll ich nicht, 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 du sagst jetzt mir nicht, 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 schrei doch mal nicht, 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 leck mich doch am Arsch, Mensch, der Moment ist überhaupt gekommen, komm, wo ich dir in die Fresse hau, Klaus Kinski mit Shake it off. Shake it off, Taylor. Kannst du dich verlassen, du? Mach gut. Zitat Ende. Die Zeit läuft ab jetzt. Ach, du weißt es? Okay, dann lauf nach vorne. Ihr habt euch noch nicht mehr beraten, das war blitzschnell. Los geht's. Meine Damen und Herren, das war Klaus Kinski mit Shake it off. Wow! Sehr gut. Guck mal, und dafür kriegst du noch ein kleines Tätsel. Jetzt der ganze Land. Aber den Song habt ihr direkt erkannt, Shake it off? Ja. Und was war das, sag ich mal, eine Wort, das euch aufgefallen ist, um Klaus Kinski zu erkendet? Ja, das war relativ brutal. Also brutale Zitate, würde ich jetzt mal sagen. Der Moment ist relativ ehrlich. Ich denke, wir können uns auf Fresse einigen. Auf Fresse? Ja. Gut, sehr schön. Erste Zitat, zwei braucht ihr noch, dann bekommt ihr endlich einen weiteren Hinweis. Aber dafür müsst ihr jetzt richtig Gas geben. Weiter geht's, bitteschön. Ich traf irgendwie eine Schmett, bad guy. Bad guy? Bad guy? Heidi Klum. Heidi Klum und über Brasil. Sicher? Heidi Klum über Brasil. Er trug ne eng anliegende Adlerhose. Und ich konn so gut wie Alle sehen das ganze Paket Und dachte, wow. 30 Sekunden Zeit. Nora läuft wieder. Ihr glaubt, es gelöst zu haben. Ich bin gespannt. Und das ist... Meine Damen und Herren, das war ganz unerwarteterweise Heidi Klum mit Bad Guy. Oh, ey, warte, das ist richtig. Einen braucht ihr noch. Dann bekommt ihr den nächsten Hinweis. Und hier kommt Zitat Nummer drei. Die Dummheit der Menschen. Albert Einstein. Die Dummheit der Menschen. Albert Einstein. Die Dummheit der Menschen. Die Dummheit der Menschen. Und Nora. Ihr seid so gut. Wir haben ihn lange nicht mehr auf der Bühne gesehen. Sind uns aber relativ sicher, hier Albert Einstein mit Senorita Akan zu haben. Oh, ey, super. Genial. Ah, schon. Vielen herzlichen Dank an unsere großartige Phantom-Gang. Habt ihr toll gemacht. Danke sehr. Wow. Ich darf es ja eigentlich gar nicht sagen, weil ich bin ja befreundet mit dem Phantom. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf euch. Das ging ja so. Ziggy Sachsen. Ziggy Sachsen, ne? Ziggy Sachsen. Und dafür gibt's den nächsten Hinweis. Hört ganz genau zu. Unser Phantom hat eine Modekollektion. Streichend. Streichend. Das war's. Das war's.